Herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video, wo wir bloß auf dem Monitor sind. Heute soll es um die besten kostenlosen Softwareprogramme gehen, die es für Fotografen und Videografen auf dem Markt gibt und vor allem die ich selber verwende. Natürlich gibt es noch viel mehr, zum Beispiel heute nicht. In der Behandlung sind Stacking-Software for free oder Panorama-Software, aber ich zeige euch heute in diesem Video mal alle Software, die ich kostenlos habe und auch gerne verwende. Los geht's! Die erste Software, die ich euch wärmstens empfehlen kann, die es kostenlos zum Download auf der Adobe-Seite gibt. Übrigens, alle kostenlosen Download-Links setze ich euch nochmal unter das Video in die Infobox, damit ihr direkt hinkommt. Das kann natürlich, wenn ihr das Video erst in zwei Jahren anklickt, sich schon teilweise wieder verändert haben, aber es ist jedenfalls ein Versuch wert, drauf zu klicken. Also, die erste Super-Software, die ich euch empfehlen kann, ist der Adobe DNG-Converter. Für was brauchen wir den? Der kommt ja äußerst schlicht und unattraktiv daher, aber das ist ein super Converter, wenn ihr in RAW fotografiert und ihr habt ein Programm, was die neuen RAW-Files eurer Kamera nicht mehr unterstützt. Und ihr wollt aber nicht, wie zum Beispiel ich, diese Adobe Lightroom-Abo-Version extra zahlen oder ihr habt vielleicht ein veraltetes Photoshop-Programm oder sonstige kostenlose Programme wie Gimp oder so, dann ist es so, dass die RAW-Dateien nicht mehr geöffnet werden können. Und damit ihr jetzt kein neues Programm braucht oder extra auf die Abo-Version von Adobe Lightroom wechseln müsst, gibt es den Adobe DNG, also den Digital-Negativ-Converter. Und was der macht ist, dieser Converter hat in seiner Datenbank alle neuesten RAW-Files oder Profile hinterlegt, die Adobe auch für Lightroom und Photoshop nachpflegen würde. Und deswegen könnt ihr dort, also wenn die Kamera ganz neu ist, dauert es natürlich bei Adobe auch immer ein paar Wochen, bis die dann das Profil nachziehen, aber immerhin machen sie es denn dann, weil sie haben ja nun mal die größten Bildbearbeitungsprogramme, deswegen brauchen sie das. Und den DNG-Converter, den könnt ihr kostenlos runterladen, dann wählt ihr einfach eure RAW-Dateien aus, sagt noch, wo der DNG-Converter diese Bilder ablegen soll und wie er sie vielleicht umbenennen soll und dann geht ihr auf extrahieren. Und was nun passiert ist, die RAW-Dateien werden in ihrer ganzen Größe und in der vollen Qualität in ein digitales Negativ von Adobe umgewandelt. Das heißt, ihr habt nach wie vor eine RAW-Datei, aber könnt diese in nahezu allen Programmen, die RAW können, verwenden, ohne extra eine neue Version zu kaufen. Kommen wir gleich zum nächsten Programm. Ihr seht, ich habe da mal ein Video drüber gemacht und zwar ist das das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP und mir hat das deswegen so gut gefallen, weil es sehr intuitiv zu bedienen ist, allerdings nur dann, wenn du dich auch mit Photoshop auskennst. Du darfst dich nicht dem Glauben hingeben, dass du Bildbearbeitung einfach so kannst, sondern du musst dich einarbeiten. Du musst dir YouTube-Tutorials dazu anschauen oder Anleitungen lesen und es ist auf jeden Fall so, dass das nicht ganz so schnell geht. Also du kannst jetzt nicht von heute auf morgen super Bilder bearbeiten, aber auch ich und andere YouTuber helfen ja dir da auch mit verschiedenen Videos, die wir dazu anbieten. Und GIMP ist eben genauso wie Photoshop eine super kostenlose Lösung. Du kannst in Ebenen arbeiten, du kannst verschiedene, hier zum Beispiel die Farbwerte anpassen, du kannst Gradationskurven, Tonwertkorrektur, du kannst genauso wie bei Photoshop kannst du irgendwie Dinge ausschneiden und in ein Foto reinkopieren. Also all das ist mit diesem Programm problemlos möglich. Mich hat es überzeugt, für das es kostenlos ist. Und wer es vielleicht noch einen Tick einfacher will und wer mehr Funktionsumfang braucht, der muss natürlich die Abo-Version von Adobe Lightroom Classic und Photoshop nehmen, denn dann ist dann auch sowas wie Fokus-Stacking und andere Geschichten möglich. Aber wie gesagt, hier GIMP deckt schon mal 95% der wichtigsten Funktionen definitiv ab. Ja, für die kostenlose RAW-Entwicklung haben wir uns damals das Programm Darktable angeschaut. Darktable hat auch überzeugt in der Funktion, also ihr könnt hier das RAW reinladen, könnt sämtliche Tiefen und Lichter retten, wie ihr das von einem RAW-File gewohnt seid und dann könnt ihr es eben vielleicht noch weiter in dem kostenlosen GIMP dann weiter bearbeiten. Also auch dieses Programm kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich selber habe natürlich die Abo-Version von Adobe, die ich jetzt hier zum x-ten Mal erwähne, sodass ihr vielleicht den Verdacht schon bekommt, dass ich dafür bezahlt werde. Nein, es ist halt einfach so, ich verwende halt Adobe Lightroom Classic und das kann das natürlich alles auch, aber das kostet halt dann auch 11,89 Euro im Monat und hier, wenn ihr wirklich kostenlos unterwegs sein wollt, dann müsst ihr euch natürlich auch so ein bisschen reinfuchsen in die Programme. Das gibt es natürlich auch nicht komplett gratis. Ihr müsst schon ein bisschen Gehirnschmalz mitbringen, sag ich mal, und Eigeninitiative und dann könnt ihr diese Programme aber genauso erlernen. und ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht über das Darktable und hier ist eben der Vorteil, dass wir eben unser RAW erstmal grob bearbeiten können. Wir können die Tiefen und Lichter retten, das dann als JPEG oder TIFF exportieren und dann in GIMP oder Photoshop, je nachdem was vorhanden ist, dann eben weiterentwickeln. Also kostenloser RAW-Converter, Darktable oder eben RAW-Therapy kann ich auch noch empfehlen, verwende ich aber selber jetzt auch nicht, weil ich ja eben wie gesagt Lightroom verwende. Eins der allerbesten kostenlosen Programme, die ich kenne, ist Stellarium, eins der besten Programme. Stellarium ist auch von Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt worden und ist für mich eins der schönsten Programme, wenn es eben darum geht, sich vorzubereiten auf Milchstraßenfotos. Natürlich könnt ihr das auch mit der App machen, aber ihr habt ja immer das Problem, ihr reist jetzt zum Beispiel in irgendein Land, Mexiko oder sonst wohin oder Moskau, Stadt Moskau und ihr wollt vor Ort irgendwo die Milchstraße fotografieren. So, jetzt habt ihr natürlich, je nach Standort ist ja die Milchstraße immer woanders und ihr wollt natürlich auch gucken, wann scheint da der Mond nicht, wann habt ihr die beste Sicht auf die Milchstraße und wie sieht es da vor Ort aus. Und Stellarium hat natürlich den Vorteil, so Spielereien wie zum Beispiel, ihr könnt hier verschiedene Landschaften reinladen, aber die wichtigste Funktion zeige ich euch. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Standortfenster. Da gebt ihr jetzt zum Beispiel mal Nürnberg ein. Zum Beispiel, ja, also ihr wollt nach Nürnberg, natürlich hat das Programm auch nur die größten Städte und ihr merkt, sobald ich da draufklicke, passt sich schon die Belichtung an, denn hier ist ja der Sonnenstand, der jetzt übrigens hier live angezeigt wird, ein anderer, als würde ich jetzt zum Beispiel China eingeben oder also, wenn wir schon bei Städten sind, Peking, dann wäre natürlich hier jetzt schon später Abend und das wird eben sofort live berücksichtigt. Und dann geht ihr hier in Zeitdatum und da seht ihr schon, da läuft unten die Uhr und die Sonne, die ihr jetzt hier im Bild seht, die ist absolut live getrackt, also das bewegt sich jetzt alles live und ihr könnt jetzt hier aber auch vorspulen, ihr sagt 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, wie entwickelt sich denn dann die Nacht und ihr seht, aha, jetzt geht hier die Milchstraße auf, dann gibt es da unten noch so schöne Tools, da kann man dann den Nebel der Atmosphäre, man kann den Boden wegschalten, dass man sieht, wie geht es denn eigentlich weiter unterhalb des Bodens, wir können die Himmelsrichtungen an- und ausschalten, aber auch die Atmosphäre und ihr seht schon, wenn wir die Atmosphäre ausschalten, dann seht ihr hier sehr gut die Milchstraße, ihr könnt dann auch ein ganz anderes Datum eingeben, also ihr wisst zum Beispiel, ihr seid irgendwann im Juni im Urlaub und ihr wollt wissen, wann geht denn da die Milchstraße auf, dann spult ihr hier einfach vor und da seht ihr schon, aha, da kommt sie rein und hier Richtung 6 Uhr wird es dann wieder hell, also das kann man hier eben alles nachschauen, man kann die Helligkeit der Milchstraße einstellen, man kann tausende Einstellungen eingeben von Lichtverschmutzung und Atmosphärenerscheinung oder man kann sich die Namen einblenden lassen, also das ist wirklich ein super Programm für die Vorbereitung, was ich sehr gerne nutze, wenn ich vorher schauen will, in welcher Himmelsrichtung geht denn eigentlich die Milchstraße auf, damit ich weiß, wenn ich eine Timelapse laufen lasse, wo muss ich denn eigentlich meine Kamera ausrichten, also ladet euch das unbedingt runter, Stellarium, ein sehr simples Programm, hier links mit den zwei Arbeitsleisten, erstmal Standort wählen, dann Datum, Uhrzeit, wann seid ihr wo und hier in den Sondereinstellungen kann man auch zum Beispiel die Helligkeit der Milchstraße anpassen, man kann sogar Teleskope anschließen und das Tracking professionell durchführen etc. Damit kenne ich mich natürlich nicht aus, ich nutze es nur für die Fotografie und somit eine große Empfehlung. Wenn wir schon im Bereich Fotografie sind, dann kann ich euch das Programm Seketer empfehlen und das sieht so aus, das habe ich jetzt mal hier so ganz nüchtern geöffnet, da machen wir jetzt natürlich heute nichts drin, denn dieses Video dient ja nicht dazu, euch alle Einstellungen eines Programmes zu erklären, sondern nur, welche Software es kostenlos gibt und was ihr damit machen könnt. In Seketer könnt ihr Sternenaufnahmen stacken, das bedeutet, das Programm rechnet das Rauschen raus. Also ihr seht hier zum Beispiel eine Milchstraßenaufnahme, die hat vorher so ausgesehen und wenn wir hier jetzt mal reingehen, dann seht ihr hier zwischen den Sternen natürlich ein erhebliches Rauschen, hier mit der ISO 6400 und was Seketer jetzt macht ist, es rechnet das Rauschen raus und lässt aber die Sterne ganz. Ihr seht hier zwischen den Sternen haben wir kaum mehr Rauschen und das funktioniert halt einfach so, ihr macht 10, 20, 30 Aufnahmen von der Milchstraße zum Beispiel, schmeißt die in Seketer rein, dann habt ihr noch die Wahl, den Himmel zu maskieren oder also, dass die Landschaft halt nicht mitgetrackt wird, weil die Sterne bewegen sich ja von Foto zu Foto und somit könnt ihr mit wenigen Klicks ein schönes rauschfreies Bild erzeugen. Ihr könnt da auch Darkframes reinladen, dass die Sensor-Hotpixel und das Sensorrauschen entgegengerechnet wird etc. All das kann man hier schön machen und es ist wirklich einfach zu bedienen, da gibt es ja auch ein paar YouTube-Videos drüber, das muss ja nicht immer alles von mir kommen und dementsprechend habt ihr am Ende ein Sternenbild, was wirklich ein klasse Rauschverhalten hat, obwohl ihr es mit einer ISO 6400 aufgenommen habt. Ein weiteres Klasse-Programm, was ich euch empfehlen kann, ist das vom Gunther Wegner und zwar nutze ich das sehr häufig, das ist das LR Timelapse. Das gibt es in einer kostenlosen Version und die ist natürlich eingeschränkt, denn die Hauptversion des Programms kostet 115 Euro ungefähr und die Profi-Version kostet fast 300 Euro. Aber ich finde es schön vom Gunther, dass ihr auch eine Einsteiger-Version kostenlos bekommen könnt. Also ihr seht jetzt hier schon oben, hier steht Michael Leidl Private Lizenz, also das ist momentan die 115 Euro Version, aber ich werde mir dann auch irgendwann die Pro-Lizenz noch kaufen. Aber was ich schön finde, ihr könnt das völlig kostenlos nutzen. Für was braucht ihr dieses Programm? Dieses Programm ist für Timelapse gedacht, dass wenn ihr Timelapse abspielt, die vielleicht mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenommen wurden, zum Beispiel weil ihr ein sauberes Ramping vom Tag in die Nacht machen wollt, dazu braucht ihr LR Timelapse, denn dieses Programm glättet die Kurve, denn sonst hättet ihr ja hier Belichtungssprünge und das würde ja alles flackern. Einziger Nachteil für euch dazu, ihr müsst zwingend Lightroom dazu haben, also das geht dann nicht ganz ohne Lightroom, Lightroom braucht ihr dazu auch, aber wer Lightroom bereits besitzt, ist es ein schönes Programm, das sehr empfehlenswert ist für ruckelfreie Übergänge vom Tag in die Nacht, wie ihr jetzt hier auch sehen könnt, ohne Flackern und gar nichts und das sorgt eben, dafür sorgt dieses Programm. Bis zu 400 Bilder ist ja dann doch, ich glaube also, wenn ihr ein Video mit 300 Bildern macht, dann habt ihr immerhin 10 Sekunden Timelapse, das ist ja durchaus schön und dieses Programm bietet kostenlos sogar 400 an. Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Bildbetrachter seid, dann kann ich euch XNView empfehlen, auch das unter dem Video natürlich verlinkt. Dieser Bildbetrachter gefällt mir von daher auch sehr gut, weil ich mag es, wenn es ein schönes Vollbild gibt, wo ich aber auch noch gewisse Informationen mir anzeigen lassen kann, wie zum Beispiel hier links das Histogramm, kann ich jetzt ein- und ausblenden, ich kann mir aber auch Informationen des Bildes hier ein- und ausblenden, ich kann mit links und rechts einfach weiterklicken, ich kann hier eine Diashow abspielen und in der normalen Übersicht habe ich hier rechts die ganzen Exif-Daten kann ich mir anzeigen lassen von den Bildern, ich habe die ganze Baumstruktur, der Ordner links, ich kann mir hier alle JPEGs anschauen, ich kann mir Kataloge erstellen, ich kann mir alles, man kann mit diesem Programm eigentlich nahezu alles machen, man kann sogar Bildbearbeitung damit machen und ich finde es einfach ein Programm, was nicht so schwer daherkommt, das heißt man kann wahnsinnig viel damit machen, aber wer es wie ich jetzt nur als Bildbetrachter verwenden will, der kann natürlich auch hier einfach draufklicken, das Bild wird sofort da drin geladen und schon habt ihr einen schönen Bildbetrachter, ihr könnt euch eben Zusatzinformationen wie Exif oder dann eben das Histogramm noch mit einblenden lassen, also das ist für Fotografen doch ein erweitertes Programm, wo man einfach ein bisschen mehr mitmachen kann, als jetzt nur mit der Windows Bildanzeige, die ja für Fotografen so gut wie gar nichts bietet, also das Programm hier bietet für Fotografen ein riesiges Gesamtpaket, XNView unten in der Beschreibung, könnt ihr mal draufklicken. Ein absolutes Lieblingsprogramm von mir ist auch der VLC Player. Der VLC Player ist ein Videoplayer, der ist kostenlos und der hat mich schon so oft gerettet, wenn ich irgendwie ein Video angeklickt habe und irgendwelche anderen Programme haben gesagt, HBage, dieses Format können wir nicht abspielen, ja dann habe ich halt einfach meinen kostenlosen VLC Player genommen und zack, bumm, ging das super. Das nächste Highlight ist, der hat auch einen super Ecolizer, das heißt, ich hatte schon mal einen Laptop, der war zu leise, ja und dann kann man hier mit dem Ecolizer den Laptop noch übersteuern, also die Lautstärke dieses Programms, die geht nicht nur bis 100%, die geht bis, hier seht ihr unten rechts, bis 125%, dann kann man noch hier den Ecolizer perfektionieren, hier überaktivieren, kann man da auch nochmal lauter gehen, man kann hier verschiedene Höhen und Tiefen einstellen und schon habe ich aus dem Laptop, wo man beim Filmschauen wenig gehört hat, noch einen super Sound rausholen können, also nur mal das so by the way. Aber, was ich auch super finde, ihr könnt 360 Grad Medien abspielen, das funktioniert zwar beim Windows Media Player auch, aber sehr, sehr schlecht und sehr eingeschränkt und ihr könnt überhaupt nicht richtig schön zoomen und der VLC Player, der frisst halt einfach mal 360 Grad Dateien und erkennt die auch sofort als diese, ja, also ich kann jetzt hier drin rumfahren, wenn ihr das euren Lieben mal zeigt, so ein 360 Grad Film, da könnt ihr das abspielen lassen, da könnt ihr rauf, runter, ihr könnt reinzoomen, ihr könnt rauszoomen, all das bietet der VLC Player mal eben so, außerdem hat er mich schon oft gerettet, wenn es eben darum ging, irgendwelche Videos abzuspielen, wo die anderen Programme gesagt haben, Edgepage, dieses File können wir leider nicht abspielen, also riesige Empfehlung, verwende ich sehr gerne den VLC Player. Okay, kommen wir zur letzten Software, die ich auch sehr häufig verwende und zwar ist das OBS Studio. Ihr seht, das OBS Studio läuft gerade mit, denn jetzt nehme ich ja den Bildschirm von meinem Monitor auf und das ist nur ein Teil, den dieses Programm abdeckt, ihr könnt natürlich noch viel, viel mehr machen, gerade die Leute, die auch viel Livestreams machen, verwenden OBS Studio und das ist das beste Programm, das ihr verwenden könnt, welches kostenlos ist und zusätzlich einen Bildschirm aufnehmen kann, also wenn ihr mal irgendwann vielleicht für einen Kundendienst ein Live-Bild aufnehmen müsst, weil ihr irgendein Programm von einer Software beschreiben wollt oder was auch immer oder ihr wollt dann doch mal in Livestreams einsteigen, dann müsst ihr das über OBS Studio einbinden, ihr habt diverse Einstellungen, ihr könnt hier, ich habe ja jetzt gerade einen 21 zu 9 Monitor, ihr könnt aber auch einen 16 zu 9 und verschiedene Bildformate in verschiedenen Auflösungen, in verschiedenen Formaten abspeichern, also dieses Programm kann ich euch auch noch wärmstens empfehlen, es ist kostenlos und bietet wirklich alles und ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die so tolle Softwareprogramme, die wir jetzt heute gehört haben, einfach kostenlos zur Verfügung stellen und ich hoffe, das ein oder andere hat euch dabei jetzt gefallen, wie gesagt, ich bin jetzt heute nicht noch auf eine Stacking-Software oder auf eine Panorama-Software eingegangen, ganz einfach, weil ich das meistens auch in Photoshop und Lightroom mache, aber die kommen manchmal auch an ihre Grenzen und vielleicht kann ich da ja mal irgendwann noch ein anderes Video dazu machen. Mir hat es gefallen, dass ihr dabei wart, vielen Dank dafür und vielleicht bis zu einem nächsten Video. Tschüss!